Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wisst ihr, was wir geschafft haben? Wir haben die 200 Abonnenten auf diesem Kanal erreicht. Und zwar hat alles so angefangen. Ich habe so Fitness-Videos gemacht. Da hatten wir noch ein Abonnent oder auch zwei. Und danach halt natürlich 10, 20, 30, 40, 50 und halt jetzt bis 200 Abonnenten. Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal glücklich. Das ist auf jeden Fall mal ein Erfolg für mich, denn ich glaube, wir waren monatelang auf derselben Zahl. Und zwar auf 196, 197, da wieder 196. Da ging halt nichts nach vorne. Und natürlich ist mein Ziel für dieses Jahr auf die 300 Abonnenten zu kommen. Also abonniert diesen Kanal, damit wir auf die 300 Abonnenten kommen. Ich danke euch allen, dass ihr mich abonniert habt. Das 200 aktive Follower oder auch 150 aktive. Denn der Rest mag mich nicht so. Ja, auf jeden Fall danke ich euch allen für die 200 Abonnenten. Zurzeit sind es 202, aber es können auch welche weggehen, aber es können auch welche kommen. Ja, mein Ziel ist auf jeden Fall 300 Abonnenten in diesem Jahr zu schaffen. Olli, willst du noch was sagen? Na klar. Ja. Also die Abonnenten sind nur so gekommen, weil ich alles so gut geschnitten habe und die Videos gemacht habe. Das ist dein Ernst, du sagst das für mein Video? Du kannst nicht schneiden, alles habe ich geschnitten. Wenn du was schneidest, dann hast du nur ein paar Euro helfen. Aber mit mir meine Hilfe? Ähm. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal sprachlos. Denn. Ja okay, stimmt. Stimmt. Tschüss. Gehst du einfach weg? Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt sagen? Und hier habe ich noch ein Buch. Ähm. Jetzt kommt natürlich Werbung. Äh. Das heißt. Sprenge deine Grenzen von Jürgen Höller. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Auf jeden Fall ist der Millionär. Und ja, das ähm. Das sagt schon alles. Nein, Spaß. Und zwar geht es halt hier in diesem Buch um Erfolg. Beispielsweise, wenn ihr zum Beispiel ein Ziel habt. Sagen wir mal im Fitnessbereich oder Fußballbereich. Da ist dieses Buch hier das beste Beispiel. Denn er erzählt hier in diesem Buch alles, worum es halt im Ziel erreichen geht. Und ihr alle braucht natürlich ein Ziel, weil es kommt ja nicht weiter. Und dieses Buch sieht auf der Webseite anders aus als hier. Also so sieht es hier aus. Ihr könnt es alle ganz gut sehen von hinten jetzt mal. Es sieht auf der Webseite etwas anders aus als jetzt. Ich weiß auch nicht genau wieso. Aber, äh ja. Meine Eltern haben es für 25 Euro gekauft. Dieses Buch ist kostenlos. Ihr müsst nichts bezahlen, außer ohne den Versand. Versand kostet so um die 4 Euro, 4,50 Euro. Holt euch dieses Buch, bestellt dieses Buch. Äh. Hier nochmal das Buch gezeigt. Auf der Webseite sieht es ein bisschen anders aus. Den Link zum Buch findet ihr in meiner Videobeschreibung. Und ja, äh. Einfach bestellen. Und ja, dann würde ich mal sagen. Das war es mit dem kurzen Video. Meine Dankesrede. Danke nochmal für alle, die mich abonniert haben. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis Leute. Haut rein. Und. Ciao.